Moin Moin in St. Peter-Ording! Moin Moin, ihr Lieben! Ja, ich bin wieder mal für euch in St. Peter-Ording im Bad 37 im Happy Feet bei der lieben Ruscha hier. Und wie gesagt, also das Besondere, warum ich immer wieder gerne hierher komme, weil es hier absolut entspannt ist und Ruscha so viele tolle Anwendungen hier anbietet. Und da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und das Schöne ist, Ruscha ist auch im Winter in der nicht so stark gebuchten Zeit für euch da und bietet auch an Sonnen- und Feiertagen Anwendungen nach Terminabsprache, liebe Ruscha. Ist das richtig so? Ja, genau. Ruscha, du hast heute folgende Anwendung mit mir vor. Also, ich mache heute bei der lieben Ulrike eine schöne klassische Kosmetik. Sprich, lehne dich einmal zu mir zurück. Wir machen gleich eine schöne Abreinigung, dann ein schönes Peeling, Bedampfung und Ausreinigung, damit die Haut richtig schön sauber ist. Danach gibt es eine schöne Maske und eine wundervolle Massage. Und wenn wir fertig sind, dann gibt es ein schönes Gläschen kalten Sekt dazu für dich und natürlich für die Gäste, die du auch mitbringst. Genau, also alle Gäste, die von watt-will-mann-mehr.de kommen, die bekommen natürlich hier diesen Service von der lieben Ruscha und diesen Sekt noch dazu. Und diese wunderbaren Hände, die kümmern sich jetzt nur erstmal um mich. Und wenn du Lust hast oder ihr Lust habt, dann kümmern die sich auch um euch. Genau.